Hallöche meine Damen und Herren, es gibt ein neues CSGO-Update und zwar vom 31.03.2020. Es gibt zwei neue Maps, Anubis und Chlorine, oder Chlorine. Breach & Studio sind raus, die Operation Shattered Web ist vorbei, es gibt eine neue Case und zwar die Prisma 2 Case mit 17 neuen tollen Community-Designed-Weapon-Finishes. Ja, zeige ich euch gleich noch. Und noch ein bisschen anderen Kram, dass man zum Beispiel, wenn man diese Master Chief und Alex-Geschichten am Start hat, nach wie vor Zugriff auf diese Items hat, selbst wenn man gewagtbannt ist. Und noch diese drei Sachen, wobei die unteren beiden was mit den Agenten zu tun haben, also das hat, glaube ich, eh die meisten nicht gestört. Hier sind die neuen Skins in der Übersicht, wir haben ja einmal eine Glock 18 Bullet Queen, M4A1S Player 2, dann irgendein Rare Special Item, eine neue Mach 7 Justice, Mach 10 Discothek, sieht cool aus, bis jetzt ist alles ziemlich nice. Die neue Arka sieht auch sehr cool aus, die Phantom Disruptor. Dann noch eine neue Scout und zwar mit der Fever Dream Musterung. Eine Dark King SG553, eine richtig suete P2000, Acid Etched. Eine Scar 20, sieht cool aus, werden aber die wenigsten spielen, nehme ich an. Diese Sword Off, finde ich, ist das geilste Ding. Also ist auf jeden Fall mit hier bei den vier ganz Großen dabei, ja, da würde ich die M4, die Glock, die Mach 7 und die Sword Off reinzählen. Also dieses, das sieht ja mal absolut geil aus. Apokalypto, passt ja auch gerade so ein bisschen zur Stimmung, ne. Dann ein R8, naja, eine MP5, hm, die Negev Prototype geht, Desert Eagle Blue Ply, ja, ZZ Distressed, okay. Die hat übrigens vorhin Yakuza gezogen, Sneasel hat sich hier so eine AWP Capillary gesnackt und dann noch, zu guter Letzt, die AUG Tomcat. Müsste ich mal alles von nahem sehen, kann ich aber gerade noch nicht, weil es noch nicht da ist. Sobald die Skins am Start sind und man sich die richtig angucken kann, werde ich euch da natürlich noch ein richtiges Skin Video machen und wir gucken uns die mal im Detail an. Da die Maps aber schon da sind, werde ich die jetzt gleich vorstellen. Mache ich jetzt sofort. Vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Video. Ich pumpe das natürlich jetzt direkt hoch.